Unsere Bauern auf der Suche nach der grossen Liebe. Einer davon ist Ueli aus dem Kanton Appenzell-Ausserroden. Ich bin Ueli, 24 Jahre alt und habe den schönsten Beruf der Welt gelernt. Natürlich Bauern. Und jetzt fehlt mir noch eine Frau an meiner Seite, die mir mithilft. Eine Frau, die ich mich verlieben konnte, musste der gleiche Strick zwischen mir und der gleiche Einstellung haben. Ich habe auch Freude in der Natur und mit mir mitmachen. Wir wohnen bei den Eltern zu Hause und wir werden Milchwirtschaft betreiben, 24 Hektar und noch ein bisschen Rindenzucht. Ich bin ruhiger, bin gerne im Naturhosen, gerne um die Tiere herum und mache gerne Sport. Ich bin nicht eitel, ich schaue gerade schon auf mich, dass es etwas passt und pflege auch eine gesunde Lebensweise. Eine Frau, die mich schon gerade anjocke mit der Ausstrahlung, schönes Lächeln, pflegte Fingernägel, das ist mir wichtig. Meine Hobbys sind ein bisschen Velo fahren, ein bisschen Skitouren fahren und wenn ich zu viele Immersionen wieder habe, manchmal noch zwischen den Boxen hauen und ein bisschen Immersionen abbauen und ein bisschen beruhigen. Ich schaue eigentlich schon ein bisschen auf Gesundheit und ein bisschen, dass man fit bleibt. Die Frau müsste vielleicht auch schon ein bisschen mitsichen. Ich bin auch Single und bin jetzt zweieinhalb Jahre alt. Wenn man ruhige Minuten hat, fühlt man sich schon einsam und denkt man schon, es wäre schön, eine Frau nebenzu. Ich verwöhne schon gerne, wenn sie es gerne hätten, dann lasse ich mich auch gerne verwöhnen. Das ist eine schönste Annaheite. Romantik und Erotik gehören dann schon dazu und ist dann beschissen. Und es ist schon etwa der Stellewert von einem Zehn. Ja, meine Familie vorstellen ist schon schön. Ein paar Köfel, wo man springt. Kleine Knips und es ist doch das schönste, was man mittenleben kann. Gegenüber der Frau bin ich immer ein bisschen ins Rockhaus entschuldige ich. Darum habe ich eben die Richtung noch nicht gefunden. Irgendwo hier aussen, wie sie sie gehen. Vielleicht kommt sie auf mich zu. Ich würde sicher gut schauen und beschützen und schauen, was sie Rechte hat. Ueli sucht dich.